und hallöschön liebe freunde hier ist wieder euer foxes et mein name ist fox und ich werde hier mal versuchen diesen komischen ja wie heißen die tech stalker oder sowas zu 10 mcgeiber fragt gerade ob die schüsse stark sind also ich habe da jetzt noch aber es hat auch ordentlich gebackt heute morgen ich weiß nicht ob ich überhaupt je getroffen habe aber ich bin jetzt hier beim tier david mit lt taste eigentlich immer die gleichen sachen wie sonst auch das tut sich normalerweise oder macht l t ja bei mir geht das einfach ich drücke einfach was und wenn es nicht geht und was anderes und dann bin ich schon fertig in der andere leitung ist david damit grüße ich erstmal david hallo david hallo und ja es gibt kein hallo von mcgyver so ich setze einfach mal den mutagen an und ich hoffe wenn mcgyver ein kleines bisschen zeit hat dass er mir auch mal die daten durchgibt weil ich nicht sehen kann wie weit ich gezähmt habe so ich bin jetzt hier einfach mal auf ihn drauf ich soll hier irgendwas machen und dann gibt mir natürlich so ein kleines mini spiel ich drücke einfach mal und versuche dann das auch mal durchzuziehen versau ich das ist die ganze prägung ganz von vorne also ja jetzt einfach pech gehabt also man darf das nicht versauen da hast du fünf mal schon gemacht oder so denn darf man wieder von vorne anfangen mcgyver kann davon ein lied singt nein da siehst du ich habe schon versaut aber gott sei dank ich habe ja noch nicht angefangen die erste prägung zählt ja nämlich nicht den ersten das ist das erste mal dass ich jetzt überhaupt an versaut habe ich habe schon zwei tiere gemacht naja versuchen wir es wieder es muss ja erstmal paar kilometer laufen und dann darf ich noch mal machen und dann versuchen wir es noch mal ich weiß auch nicht ob das level bedingt ist er muss wandeln bis ich es machen darf und dann wollen wir gucken ob ich das wieder machen darf so los geht's fange ich wieder an jetzt und los wie ihr seht manchmal packt das so einmal habe ich zweimal habe ich und dreimal habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich auch ich bin nicht live ich mache video so wo muss ich denn jetzt als nächstes sind zeichnet mir die schulter an ich hoffe es geht von hier oben aus ich möchte es ungern runter weit ganz in der nähe läuft hier auch ein giga rum ist alles nicht sehr schön ja scheiß drauf was auch hier macht keine angst keine angst das mit die ganzen wandern verstehe ich immer nie so ganz manchmal gehen die zahlen so drastisch runter und wieder hoch da eben gerade war ich 700 jetzt bin ich wieder 800 kein schimmer aber das schließe ich lieber mit dem bogen du der ist ja viel effektiver als 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 eine scheiß als eine scheiß typ oder als koopo bo eisig das ist der viel effektiver Ja, ich kann ihn hacken. Uno? Zu geil, der Tag-Bogen. Two? Hat er nicht akzeptiert, obwohl ich drauf war. Und wieder von vorne. Ich hab einen Stromschlag bekommen jetzt. Schade. Ich hab keine Ahnung, wo jetzt da der Fehler war. Wird doch gestern auch schon gehabt, hier wo ich jetzt... Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich hab die zwei Tiere gezählt, ne? Und du dann gedacht hast, da hast du keine Lust mehr. Gestern war ich, ähm... Und die Scheiße, die er sammelt, ist Element später. Drei Stück hat er da gerade geschissen. Ja, wir schießen 100... äh... 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 50er-Level... ähm... Mannagam. Und ich... ich krieg sage und schreibe 20er-Level. Bei dem ich dir rausgesprochen hab. Geil, ne? Geil, ne? Hast du die für die. Geil, ne? In so'n Fall. Ach, Leute, wie ihr gerade seht, es ist auch wieder ganz schön am Backen. Du bist der Beste, Mike. Es ist... Es ist wie mit dem Bären, weißt du? Ja, ja, wir haben Pärchen zu... äh, wie mit dem Tiger. Wir haben Pärchen zu haben. Ich will die Pflanzen... Ne, ich kann nur noch nicht. Eben gerade war eigentlich auf Null, aber... Jetzt kann ich beginnen mit dem Hacken. Ich muss da nur ran. Ich muss nur ran. So. Und wieder von vorne. Jetzt darf ich wieder ganz von vorne hacken. Da das ein 50er-Level ist, muss ich bestimmt das 6-7 Mal machen. So. Hat geklappt. Ist gut, Pili. Hat geklappt. Was? Ich hab Stillstand. Hat nichts passiert. Das dritte Mal darfst du dich erst gar nicht hacken. Sehr schön. Wieder von vorne, oder was? Ja, ja. Das hat nicht geklappt. Also, das dritte Mal darfst du dich erst gar nicht drücken. Er ist einfach weg. Du darfst nicht fliegen. Ich hab mal nicht geflogen. Das ist ja okay. Wenn du zu weit weg bist, dann... War doch gestern auch nicht so der Fall. Doch bei mir war es aber so. Wenn er zu weit weg ist und ich fliege, dann kommt er nicht hinterher. Also, den einen, den hab ich heute Morgen ins Schlaf gemacht. Zack, zack, zack. Da wird ein lilaer Textbuch. Blueprint. 495 Element. 808 Kristall. 1.612 Eisen. 1.819 Militär. Mit 606 Zimmern. Sieht doch. Würde ich auch sagen. Tati hat eine gelbe Armbrust. Ja, den haben wir aus dem Bus gefunden. Da hab ich gesagt, Tati muss einstecken und nicht wieder wegpacken oder so. Und hier mag ich nicht nehmen und sowas. Hab ich gesagt, das ist nicht. Ne, wir haben ja eine Technik. Ja. Ach, jetzt geht die Zeit schon wieder komplett hoch. Von 1000 Schritten habe ich jetzt wieder noch 3000 Schritte. Das ist das einzige, was ich an dieses Vieh nicht verstehe. Weil mir rennt natürlich auch die Zeit weg, weil ich bald zur Arbeit muss. Aber zumindest wisst ihr jetzt, wie das geht. Und ihr seht das, wie es auf offiziellen Server funktioniert. Also es ist nicht immer alles ganz so easy, wie man das immer präsentieren tut in die Videos. Weil, ähm, ja, da muss ich natürlich auch sagen, die Leute, die es im Video solche Sachen machen. Hier mit einmal 10 und sowas alles. Das ist alles Einstellungssache. Und dann merke ich immer die Leute, ach, guck mal, ist ja ganz easy. Und wenn die dann erstmal anfangen zu ziehen, dann ist nämlich nichts mehr easy. Dass man das alles fünf, sechs, sieben Mal machen muss. Ja, den ziehe ich aber nicht durch, den kann ich nicht mehr durchziehen, Maike. Ne, schade. Also, äh, geh das jetzt auf. Nein. Ich hab die Zeit doch gar nicht. Guck mal auf die Zeit. Und ich muss das hier... Es ist aber eine Stunde Zeit. Ich muss das hier alleine machen. Alles klar, okay. Gott. Äh, ja, man hört sich. Heute ist ja nur Samet dazu. Ja. Der Zustand. Tschüss. 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 So, guck mal, Leute. Die Zeit spielt hier auch nicht mit. Jetzt gehen die Schritte schon wieder 4.000 hoch. Die sollten das noch alles hinkriegen. Aber ihr seht das jetzt, dass das nicht immer wirklich so easy ist. Die Leute präsentieren ja Videos und sowas alles. Und, hey, guck mal, das ist so easy. Und es ist alles nicht immer gleich machbar. Da muss man so ordentlich viel Zeit mit zu sich nehmen, gerade wenn der Server backt. Ich hab 5.000 Schritte jetzt schon wieder. Das ist unfassbar. Ich muss ja ewig warten, bis ich hier rankomme. 2.000. Jetzt geht's hier wieder schnell runter. Ich zieh den nicht. 200 Schritte noch kommen. Ein Schritt noch los. Mach. Mach. Der sagt, ich kann hacken. Er akzeptiert das jetzt aber wieder mal nicht. Ich drück, ich drück, ich drück. Es packt hier alles. So, jetzt kann ich hacken. Einmal hat geklappt. Da, es hat schon wieder geleckt. Er war schon wieder da. Und dann war er wieder weg, während ich gedrückt habe. Naja, ich werde hiermit das Video beenden. Und jetzt, ja. Ich lasse an euch, ob ihr es machen wollt oder nicht. Auf offiziellen Server, wie ihr seht, leckt alles im Moment sehr extrem. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Nicht weiter dran denken, Leute. Wir sind ja nicht fix, sondern die Foxys. Und Game Over. Bis zum nächsten Mal.